Hey Leute, was geht? Hier ist euer FireEyesWolf1980 und wir sind heute bei Crysis 2 am Zocken. Und zwar spiele ich gerade Kampagne, wie gesagt im Vorvideo, wir schnappen uns den Kunden, also werden wir das jetzt auch tun. Ich muss es lassen, das Tarnfeld ist wirklich schön gemacht, auch wenn die Energie nicht immer so reichen sollte oder so, aber ich finde es richtig geil gemacht. So auch nicht mal schlecht, so in einem Einkaufsladen oder so rumzutappeln. Und dann wirst du immer, naja, Einkaufsladen, ja, Luftgegriffen wird doch der Mist. Na, guck mal hier raus. Das ist gut. Kannst in der Ecke bleiben, Energie nachdanken. So weiter geht's. Ah ja, mein Freund, die schuldig jetzt nicht mehr. Da wird dann nicht hören kannst. So, ich nehme ein schönes Vizier und... Oh, du bist ausgeschalten. So. Scheißhäuser, die haben rumgeschließt und kicken können. Weil, die ich jetzt nicht mache. Weil, ich will jetzt erstmal noch die ganzen Leute hier erreichen. Und zwar ist der, was du nicht siehst, und das bin ich. So, du bist der Leute dicht. Wo ist der andere Typ? So, du bist hier, mehr. So, ich erledige mich auf der Treppe noch. Na komm, ich muss das endlich mal auslassen. Ich wusste doch irgendwo noch immer gewesen. Ich weiß nicht jetzt. Ach so. Ach so. Da schießt er. Na. Na. Das ist ein bisschen zu irgendwie besser, oder? Tja. Weil du geschossen hast. Hattest du nicht geschossen, hätte ich dich auch nicht getötet. Ja, das ist noch einer, nochmal einer. Du trägst ein bisschen, ne? Nachtverdichten. So. Mal drücken. Und dann einsteigen. So. Mal drücken. So. Mal drücken. So. So. Mal drücken. Mal drücken. Hier steht einer. Hier steht auch einer. Wie könnte ich euch denn nur einbildieren? Und jetzt mach ich erstmal weg. So. Auf den nächsten. Zack. Und nochmal losmelden. Aber dann kann ich noch mal drücken. Ich merke mein Energie geht zu Ende. aus ist ja gut das sind nicht aber auch schön gemacht dass ein händlicher regentropfen oder das wasser abhaut richtig schön gemacht ich freue mich schon wirklich auf den dritten teil von kreis es war kreis es was brauchen die leute skapelle naja bestimmt für die wir uns oder sowas was auch immer ist ja nicht so na na ja das war wirklich cool gemacht Aber wie gesagt, das Spiel, an sich, sehr gut gemacht, ja, er hat eben, gut ausgescheiden, so, jetzt macht der Nächsten, und ich mache weiter davon. So, jetzt gehen wir rein, so wie es da steht. So, jetzt gehen wir rein, so wie es da steht. So. So. Okay. So, jetzt öffnen wir mal hier die große Tür, oder das Tor. So. Wow. New York City. Schön groß. Bisschen lustig, gell? Die Welt. So, dann gucken wir weiter. Okay. Weiß nicht, was ihr seid. Das ist mir jetzt auch erstmal egal. Aber wie es zu sehen ist. Das hat schon eine Menge hier vorgeschehen. Das gute Xbox-Zeichen. hier, von der Buttons. B, A, Y, X, und Get out and play. Naja, wie gesagt. und die Post, die Post, die Zeitung, ja, aber die wollen wir gehen jetzt auf eben, weil ich klein klein geht dabei, so egal, jetzt geht es weiter erstmal, Kalkenwaren, steht da alles schick herum, sogar der Pflanzen, wie geht es weg, auch voll, er hat, alles klar, die Fliegen vom Ursch hin zum Arm fressen, so, gucken wir weiter, zur U-Bahn, na, wollen machen wir weiter, ja, Energie ist wieder niedrig, ist mir eigentlich auch egal, ah, naja, so, machen wir mal, die Läden haben sie auch ganz schön, fast ausgeraumt, oh, ist hier, so, Orange, Orange ist auf Turbo, Turbo, ich nenne es mal Turbo-Milch, Slugged Papers, und Taschentücher in schönen Formaten, naja, ok, Elektronik laden, so, da steht mir jetzt mal weg, wunderschöner PC, meistens mal leider ausmachen, so, und weiter geht's, ok, also jetzt hier hoch, naja, jetzt hier hoch, ok, 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 ok da hat er irgendwie jetzt vorher schon gehabt, auf die die musik bezahle ich, das ist schön geil gemacht, um noch was zu schmeißen, da gibt's nicht, nein, 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 So, wir machen das wieder. Und ich bin nicht gestorben, weil ich nicht aufpassen kann, Entschuldigung. Erstmal auszuschalten, Zweden auch auszuschalten, Also Leute, na ganz easy, ist die noch für alle da. Vor allem Profit. Er wird eigentlich immer nicht Profit, eigentlich immer mehr Alcatraz, das wir vorher beim ersten Teil gesehen haben. So, das wir eben auch noch. So, und dann heiß. Seht ihr dann heute beim nächsten Mal. Euer Feiereiswolf. So. So. So.